So, ab ins nächste Gebiet. Momentum 2 Walden war komplett gequält. Kunth explain what had happened in his village. Konnte sich nicht erklären, was in diesem Dorf passiert ist. A mysterious being left him a letter contained a challenge. Who could that be? Thousands of questions passed through his mind, but he knew one thing. This mission was the only way to unravel all this mystery. Oh, ich habe wieder volle Munition. Cool. Seven Moon Forest. Ja, kurze Zusammenfassung. Zusammenfassung ist eigentlich, naja, das was da gerade stand, war eine kurze Zusammenfassung dessen, was gerade passiert ist. Und dass Walden festgestellt hat, um dieses Mysterium, was dort passiert ist, aufzuklären, muss er halt hier im Wald ein Feuerchen machen. Also quasi das tun, was die mysteriöse Kreatur ihm aufgetragen hat. Alter, Mist. Make a Bonfire. Ja, wie soll ich das denn machen? Ah, warte mal. Ah, cool. Eins von fünf. Zack. Aliop. Drei von fünf. Eins noch, dann geht die Action hier wieder ab. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein toller Jumpscare. Ich freue mich drauf. Uh-oh. Alter. Alter! Nein! Stirb schon endlich! Alter! Riesenschlange hier. Zack! You are poisoned! Travel to the narrow mountains and search for medical... medicinal herb. Wir sind vergiftet worden. Wir sollen zu dem narrow mountains und dort nach einem medizinischen Gegenmittel, also einem Heilmittel suchen, eine Pflanze. Press top to open the minimap. Ja, weiß ich doch, wie das geht. 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 Ich muss aber letztens schon sagen, der Soundtrack von dem Spiel gefällt mir echt gut. So, jetzt müssten wir gleich eigentlich da sein, hoffe ich. Ja, da hinten ist der Pfeil. Sehr gut. Hoffentlich haben wir dann jetzt wieder volle Munition. Zack.